Hallo und willkommen bei euren Wack-OLB. So, ich habe etwas schlechte Nachrichten, denn es ist das neue The Long Dark DLC veröffentlicht worden. Problem an der Sache, wir können unsere alten Spielstände nicht weiterspielen. Das bedeutet Staffel 4 endet, leider. Ich wusste das nicht, ich dachte, es wird so wie bei den anderen Updates sein, dass wir bestehende Spielstände weiterspielen können. Schade. Gut, einen Part habe ich noch, den ich noch veröffentlichen kann bei Staffel 4. Den werde ich natürlich noch hochladen. Ansonsten werden wir eine Staffel 5 starten. Leider, ja, man sieht es hier, leider funktionieren ihre aktuellen Survival-Spielstände nicht mit dem Spiel, sobald es aktualisiert wurde. Schade. Sehr, sehr schade. Hm, sehr schade. Ich scrolle das hier jetzt noch mal kurz durch, wenn es noch wer durchlesen will. Gut. Das war es soweit von meiner Seite. Schade, schade. Können wir Staffel 4 nicht weitermachen. Gut, vielleicht irgendwann später, vielleicht wird sie irgendwann später noch mal kompatibel, aber ich denke wohl nicht. Also werde ich jetzt anfangen mit einer Staffel 5, diese mal vorzubereiten und ein paar Parts aufzunehmen. Vorteil an der Sache, wir können gleich mit den neuen Inhalten starten. Es wurde jetzt veröffentlicht, Moment, 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 wo habe ich das? Ähm, einmal zurück, glaube ich. Okay, es wurde das verlassene Flugfeld jetzt veröffentlicht, also das können wir schon erforschen und spielen. Weiteres ist noch nicht so bekannt, was noch so enthalten ist im Moment. Gut, der ganze Rest von diesem DLC, der kommt dann erst im Laufe des Jahres, des neuen Jahres 2023. Der Entwickler gibt an, dass so alle 10 Wochen ein Update kommen wird. Gut, es ist jetzt bereit, ich werde jetzt anfangen. Wie gesagt, tut mir leid, in diesem Sinne, ciao, ciao, bis gleich zu Staffel 5.